In diesem Video geht es um Julio Iglesias. Ich erkläre dir die wichtigsten Fakten von der Kindheit bis zu den größten Erfolgen sowie die bekanntesten Songs. Julio Iglesias wurde am 23. September 1943 in Madrid, Spanien geboren. Als junger Mann studierte er Rechtswissenschaften, aber seine Leidenschaft war immer die Musik. Ein schwerer Autounfall änderte seinen Lebensweg und während der Genesungszeit widmete er sich dem Singen und der Gitarre. Im Jahr 1968 gewann Julio Iglesias das Benidorm International Song Festival, ein wichtiger Musikwettbewerb in Spanien. Dieser Sieg ebnete ihm den Weg zu einer erfolgreichen Musikkarriere. Sein erster großer Hit war La Vida Siege Igual, der auch als Titelsong für einen Film diente. Julio Iglesias ist bekannt für seine romantischen Balladen, die meist in den Genres Pop und Latin angesiedelt sind. Er hat jedoch auch in vielen anderen Musikstilen gesungen, darunter Country und Tanzmusik. Seine Lieder werden oft von emotionalen Texten und melodischen Klängen begleitet. Im Laufe der Jahre hat Julio Iglesias weltweit großen Ruhm erlangt. Er hat in mehr als 30 Sprachen gesungen und über 300 Millionen Alben verkauft. Besonders in Lateinamerika und in europäischen Ländern ist er äußerst populär. Julio Iglesias hat zahlreiche Auszeichnungen und Preise für seine Musik erhalten, darunter einen Grammy und mehrere Latin-Grammys. Er ist auch im Guinness-Buch der Rekorde als bestverkaufter lateinamerikanischer Künstler verzeichnet. Julio Iglesias ist der Vater von acht Kindern, darunter der bekannte Sänger Enrique Iglesias. Er ist mehrmals verheiratet gewesen und hat seine Familienverhältnisse weitgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Neben seiner Musikkarriere hat Julio Iglesias auch in verschiedene Geschäftsprojekte investiert. Dazu gehören Immobilien und ein eigenes Parfüm. Diese unternehmerischen Tätigkeiten haben seinen finanziellen Erfolg zusätzlich gesteigert. In den späteren Jahren seiner Karriere hat Julio Iglesias weiterhin Musik veröffentlicht, jedoch in einem gemäßigteren Tempo. Er gilt als einer der erfolgreichsten Künstler aller Zeiten und hat eine bleibende Wirkung in der Musikwelt hinterlassen. Julio Iglesias war ursprünglich ein professioneller Fußballtorwart, bevor ein Autounfall seine sportliche Karriere beendete. Er ist auch ein ausgebildeter Rechtsanwalt und hat sein Jurastudium nach vielen Jahren erfolgreich abgeschlossen. Und dann haben wir die Menschen und hat einen verhaalten Erinnerung. Und dann haben wir die Künstler aller Zeiten und haben das einen die Künstler der Kräere ver應eltet. Vielen Dank.